Felix Rexhausen, Lavendelschwert. 1965 erschien dieser Roman, diese Satire darüber, wie Schwule den Aufstand proben. Lange vor Stonewall eine Revolution anzetteln, die Macht übernehmen in der alten, spießigen und langweiligen Bundesrepublik. Eine schwule Revolution. Traum einer jeden Bewegungsschwester. Und Felix Rexhausen hat genau gewusst, was passiert, wenn ein paar Bewegungsschwestern sich zusammenrotten und die Revolution inszenieren wollen. Sie gründen ein Organisationsteam, einen Organisationsverein, machen Vorschriften, tüfteln aus, Regeln. Und was machen sie natürlich als nächstes? Sie zerstreiten sich. All das wird in diesem Roman gnadenlos seziert. Der Roman gibt sich als Dokumentensammlung aus dem Jahr danach. Die Revolution ist natürlich gescheitert. Und im Jahr danach trägt der Autor zusammen, wie zunächst ein schwules Netzwerk errichtet wurde, wie der Plan aussehen sollte für den Tag, was passieren sollte, wenn Polizei kaltgestellt, die Behörden übernommen und dann schließlich die Regierung gekapert werden soll. Wie, mit welchen perfiden Erniedrigungen die damalige, natürlich die CDU geführte Regierung rechnen musste, wie Schwule sie vorführen wird. All das in gnadenloser Satire hier in diesem Roman versammelt. Natürlich die Revolution, auch die hier geschilderte, ist gescheitert. Aber darauf kommt es gar nicht so an. Auch wenn sie blutig niedergeschlagen werden muss, es ist eine urkomische Satire. Denn Felix Rexhausen legt offen, wie so etwas strukturell funktioniert, wie es vermutlich immer läuft, welche Dinge für den Tag der Tat vorzusehen sind. Wie den schwulen Revolutionären untersagt wird, sich Polizisten anzubiedern, wie Übergriffe in gekaperten Gefängnissen zu verhindern sind. Obwohl natürlich jeder schwule Revolutionär angefochten sein wird von der barbarischen Schönheit der Inhaftierten und ihrer sexuellen Notlage. All das natürlich wunderbar. Und die Vorschriften, sie gehen bis ins Detail. Parallelen zu einer Anmeldung zum Ringstraßenkorso, können nur zufällig sein, denn das Buch ist mehr als 50 Jahre älter. Felix Rexhausen, Lavendelschwert. Pflichtlektüre für alle, die in einem lesbisch-schwulen Verein aktiv werden wollen und Repräsentation, Organisation und Revolution anstacheln wollen. Felix Rexhausen, Lavendelschwert ist jetzt lieferbar als Band der Bibliothek Rosa Winkel.